Bei Stahl im Sterner ist die Forschung eine super Sache. So sind wir auch groß geworden und man sieht es auch im Hintergrund von mir, es ist ein ganz wichtiger Faktor, weil sonst könnten wir uns nicht so schnell weiterentwickeln, wie wir jetzt in den letzten Jahren uns weiterentwickeln haben dürfen. Wir befinden uns hier in der Lehrwerkstätte, wo wir über 60 Lehrlinge ausbilden, die mit der Forschung und Entwicklung jeden Tag, jede Stunde in Berührung kommen. Hier im Standort im Markt Reing bei Stahl im Sterner produzieren wir knappe zwölf Milliarden Teile, also mehr Teile, als was Menschen auf der Erde leben und natürlich geht es nur mit der Forschung und Entwicklung, die wir hier im Mutterwerk im Markt Reing haben. Über 700 Leute sind beschäftigt, Tag ein Tag aus, Top-Produkte im Sanitärbereich, in der Automobilindustrie und natürlich im Medizinbereich herzustellen. Die Teile, die bei Stahl im Sterner produziert werden, sind einem hohen Anforderungsprofil ausgesetzt, tagtäglich und deswegen brauchen wir auch die Entwicklung. Die Entwicklung ist ein ganz wichtiger Faktor hier in Machtrenk und deswegen schauen wir, dass wir in Österreich weiterhin so produzieren können mit hohen Erwartungen und natürlich hoher Qualität. Wie kann man Lehrling bei Stahl im Sterner werden? Ganz einfach, du musst einfach Spaß haben bei der Arbeit, ein Raumvorstellungsvermögen, Mathematik geschickt, unterwegs zu sein und viel, viel Elan. Und das andere macht mit dir Stahl im Sterner.